Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ultimativen, auch gleichzeitig kompaktesten Gaming-PC auf Basis einer Full-Size-GPU und Wasserkühlung und das Ganze alles vereint in einem ITX-Gehäuse. Der PC, der heute entsteht, gehört nicht mir, sondern meinem Bro und Streamer Lukas aka ItzHerzog und für ihn ist das Ganze eine Art Traum, der sozusagen Realität wird. Es gibt viel zu zeigen und zu erzählen, ich wünsche euch viel Spaß, let's go! So, zunächst einmal sei gesagt, dass die Planung bzw. auch die Idee allgemein bereits im September 2017 stattgefunden hat und damals wurden bereits einige Komponenten gekauft, das bedeutet, heute gibt es nicht diese ultimative, krasse Intel Coffee Lake ITX-Plattform, sondern das Ganze heute auch hier, wieder einmal mit der AMD Ryzen-Plattform. Als Prozessor gibt es einen Ryzen 5 1600, sechs Kerne, zwölf Threads und der freie Multiplikator, eine super Kombination für unter 200 Euro. Natürlich wird der 1600 später noch übertaktet und aufgrund des Gehäuses, was ich euch gleich zeige, war die Wahl des Mainboards sehr einfach. Letztendlich fiel die Wahl dann auf das Biostar Racing X370 GTN, ein ITX-Mainboard mit einer super Ausstattung, sechsmal USB, M.2 auf der Rückseite und die damals günstigste und verfügbare Hauptplatine für den AM4-Sockel. Anfang September 2017 gekauft, gab es zwar noch die B350-Version, allerdings war diese einfach nicht verfügbar und alle anderen ITX-M4-Mainboards waren exorbitant teuer. Kommen wir damit zum Arbeitsspeicher und 16 GB sind natürlich am Start und ursprünglich sollten es eigentlich RGB-Speichermodule werden, am Ende dann doch nicht, weil der Preis einfach viel zu krass ist und aus diesem Grund sind es dann zwei AEGIS-Module gewonnen und zwar mit 3000 MHz von G-Skill. Das Herzstück in diesem Gaming-PC ist die EVGA GTX 1080 SC mit dem ACX 3.0 Kühler und die Karte war bereits vorhanden im letzten PC von Lucas und diese Karte ist einfach super sexy, ein Biest vor den Herren und diese Optik ist einfach mega. Eine coole Abwechslung gegenüber den anderen MSI, ASUS oder sonstigen Karten und geplant ist damit WQHD mit sehr hohen Einstellungen und sehr hohen FPS und dafür ist die 1080 perfekt. Die Karte kostet aktuell über 550 Euro, aber sie passt optimal, insbesondere durch dessen Bauweise super zum ITX-Konzept und verzichtet auf den Referenzkühler. Für genügend Strom sorgt das neue BeQuiet SFX L mit 500 Watt, 80 plus Gold, vollmodular und ein 120er Lüfter in diesem kleinen Ding, super schön das Ganze und eine sehr schöne Weiterentwicklung gegenüber des alten SFX Power 2. Sämtliche Kabel sind schwarz und durch den vollmodularen Aufbau erleichtert das natürlich das Kabelmanagement, insbesondere bei einem solchen kompakten ITX-System. Kommen wir damit zu den Speichermedien und letzten Endes gibt es nur eine 275 GB SSD von Crucial, denn eine 1 TB 2,5 Zoll Festplatte und ein NAS hat Lukas bereits und daher ist eine Neuinvestition nicht nötig. Die gesamte Hardware kommt dann in das FT03 Mini von Silverstone und damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie klein das Case überhaupt ist, hier der Vergleich zu einer 1,5 Liter Flasche und nein, Volvic ist nicht mein Sponsor. Der Innenraum ist einfach riesig und ich war von Beginn an erstaunt, was hier irgendwie alles reinpasst und wie die Kühlung dann letztendlich funktionieren muss. Dadurch, dass das Netzteil über dem Mainboard sitzt, ist ein schöner Towerluftkühler beziehungsweise auch eine kompaktere Version hinfällig, denn der Netzteil Lüfter saugt die Luftausrichtung Mainboard an und nimmt damit jeden Luftkühler die Luft, die für die Kühlung des Prozessors benötigt wird. Das Case ist allerdings auch weit entfernt vom Standard, denn in der Front gibt es ein sehr schönes Sichtfenster mit Lüftungsschlitzen, die an einzelne Teile der GTX 1080 angelehnt sind und im unteren Bereich wurde das Case ebenfalls angepasst, denn ansonsten hätte die GTX 1080 nicht reingepasst. Die Planung des Casemords war mein Part und für die Umsetzung war dann mein Kollege Buddy3012 zuständig, der wie immer eine super Arbeit geleistet hat. Dafür erst mal recht herzlichen Dank. Alles weitere zu ihm findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das Case und die CPU-Kühlerproblematik habt ihr gesehen und damit ist eine Wasserkühlung in diesem Umfeld das Nonplusultra und so gibt es heute einen Silent Loop in der 120er Version von BeQuite. Der Ryzen 5 ist dank des verlöteten Heatspreaders auch nicht so extrem warm und daher geht es auch voll klar mit einem 120er Radiator. Das sind die Teile, so betrachtet super viel Hardware, die in dieses kleine Case rein muss und das wird auf jeden Fall sehr spannend. Alles zusammen kostet neu 1500 Euro, was super viel Geld ist, aber dafür bekommt Lukas letztendlich dann einen sehr individuellen PC und das war auch sein Ziel und sein Traum. Einen PC, der genau seinen Ansprüchen entspricht und auf jeden Fall nicht von der Stange ist und nicht unbedingt auf dieses ultimative Preis-Leistungsverhältnis setzt. Klar kann man sparen beim Netzteil, beim Case, beim Mainboard und so weiter und so fort, dass man hier vielleicht wieder auf diese klassische Preis-Leistungskonfiguration kommt, möglicherweise auch mit mehr Leistung, aber darum ging es nicht, sondern einfach den Traum von Lukas zu realisieren und das ist heute das Ziel. Jetzt wird das Ding gebaut meine Freunde, ich bin super gespannt, habe sehr hohe Erwartungen an das Ding, mal gucken wie das Ganze wird und legen wir los, let's go! Musik Musik Oh mein Gott, meine Freunde, wie geil ist das denn? So viel Hardware auf engstem Raum und dann noch dazu die GTX 1080 SC in der Front hinter diesen sehr geilen Sichtfenster und dazu die Beleuchtung einfach unglaublich. Der Einbau war super einfach und selbst das Kabelmanagement war kein Hexenwerk. Klar, hier und da muss ich mal kurz überlegen, wie mache ich es jetzt am besten. Aber letztendlich ist es so, wie es ist. Es sieht einfach extrem geil aus. Minimalismus pur und so viel Hardware bzw. sehr starke Hardware in diesem kleinen Umfeld ist einfach geil. Auch mit der Wasserkühlung bzw. dessen Schläuche und der Höhe des Netzteils gibt es keinerlei Probleme. Die Schläuche sind nicht irgendwie abgeknickt, sondern das Ganze funktioniert einfach perfekt. Es war definitiv ein Genuss, dieses kleine bombastische Teil zu bauen und jetzt geht es erstmal darum, wie viel Leistung hat das Ding überhaupt und ich werde das Ganze heute testen in Veko HD. Wer jetzt mehr wissen möchte, was das Teil sonst noch so kann in Full HD oder UHD, der ist in dem Fall beispielsweise bei Lukas und seinem Stream auf Twitch an der richtigen Adresse. Sein Twitch-Kanal ist nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt und damit legen wir los mit dem Gaming-Benchmark-Test von diesem kleinen, geilen Gerät. Wir legen los mit Doom in Veko HD und Ultra-Einstellungen sowie Vulkan. Und das Ergebnis sind sehr hohe FPS über 120 und darüber hinaus und der Mittelwert liegt etwa bei 120 bis 130 FPS und das bei Veko HD. Ein sehr gutes Ergebnis, es macht einfach extrem viel Spaß mit diesem kleinen Beast zu zocken und diese FPS-Kredenz zu bekommen, ohne auch nur ein Anzeichen von Lacks, krassen FPS-Draps oder ähnliches. Zudem sieht Doom natürlich noch bombastisch aus und da stellt sich die Frage, was will man mehr? Extreme Leistung auf engsten Raum, ob das so weitergeht, das sehen wir jetzt beim nächsten Game. Wir machen weiter mit GTA 5 ebenfalls in Veko HD und durchgehend sehr hohen Einstellungen. GTA 5 stellt für diesen PC kein Problem dar und so gibt es auch hier 80 FPS und mehr, wohlgemerkt bei Veko HD. GTA 5 ist nach wie vor sehr beliebt und läuft auf diesem Ryzen GTX 1080 System exzellent und die FPS sind einfach sehr konstant und bleiben sozusagen immer im 80er-Bereich. Egal wo, egal was gerade passiert, Action hin oder her, das System haut die FPS einfach so raus, als wäre es nichts. Bevor ich mich jetzt wieder stundenlang mit meinen Best Buddies, den Cops beschäftige und möglicherweise noch gekillt werde, switchen wir am besten ganz schnell zum nächsten Game und ich bin gespannt, wie es jetzt so weitergeht. GTA 5 ist damit abgehakt. Damit willkommen in Dirt 4, aktuell mein Favorit unter den Racing Games und heute spiele ich Dirt 4 in Veko HD und einem Mix aus hohen bis sehr hohen Einstellungen. Mit dem Lancer Evo 10 geht es direkt ab durch den Dreck und das System haut die FPS ohne Gnade raus. 85 bis 100 FPS und da denke ich mir, was zur Hölle habe ich hier gebaut? Ein so kompaktes System mit dieser Monströsenleistung ist einfach geil. Dirt 4 läuft ohne Ausnahme einfach perfekt und nach wie vor bin ich der Ansicht, dass mein Fahrskill irgendwie besser geworden ist durch die ganzen Tests. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Dirt 4 macht einfach super viel Laune. Ich könnte jetzt hier ehrlich gesagt noch Ewigkeiten weiterzocken mit diesen sehr geilen FPS, über 90 FPS bei Veko HD, aber nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter mit dem nächsten Game. Weiter geht es mit PUBG in Veko HD und einem Mix aus mittleren bis hohen Einstellungen. Einzig das Laub ist wie üblich auch sehr niedrig. PUBG in Veko HD kann man machen, sofern die Hardware stimmt und sofern die FPS ebenfalls stimmt, spricht meiner Ansicht nach nichts dagegen. So, jetzt muss ich mich aber kurz mal konzentrieren, denn ich habe irgendwie Besuch bekommen und jetzt gilt es natürlich auch diesen zu töten. Mit einer Show, die zwar nicht ganz optimal, aber auch irgendwo machbar. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Okay, er versteckt sich jetzt hinter dem Felsen. Okay, das ist meine Chance, jetzt schnell rantasten und schön ruhig bleiben und um den Stein herumtanzen. Kann man machen, muss man auch nicht. Problem ist nur, allzu viel Money habe ich jetzt nicht mehr und yes baby, Kalle 86 ist damit raus. Ja, PUBG in Veko HD läuft auf diesem System sehr gut. Schöne hohe FPS im Schnitt, 85 bis 100 FPS. Und wenn ich mich jetzt beispielsweise mal auf einem Hügel befinde und mal so ein bisschen in die Ferne reinschaue, dann sind die FPS kurzzeitig etwas geringer, aber immer noch im sehr guten Bereich für Veko HD und PUBG. Wir machen weiter mit Battlefield 1 direkt im Multiplayer in Veko HD und hohen Einstellungen. Und wie üblich, ihr kennt es nicht anders, auf der Map Amins 64er Server. Let's go! Battlefield 1 läuft so mit über 100 FPS und darüber hinaus mit den Settings bei der Auflösung einfach Hut ab an diesem System. Und Battlefield 1 sieht einfach mit diesen Einstellungen und dieser hohen Auflösung grandios aus und läuft ohne Probleme. Wieder einmal zeigt dieses kleine System, wie viel Leistung es hat. Und es freut mich einfach umso mehr, dass das System einfach so gut funktioniert und diese Performance bietet. Natürlich kann man jetzt auch noch dieselbe Leistung bzw. das Ergebnis in einem normalen Umfeld bzw. Case erziehen. Aber das Ganze ist dann nicht so stylisch und kompakt mit einer IO-Wasserkühlung und diesem sehr geilen Case sowie der GTX 1080 SC von EVGA. In Firestrike erzielt das System 17.546 Punkte und in Timespile 7.473 Punkte. Und last but not least, in Cinebench erzielt der Ryzen 5 1600 übertaktet zu 3,9 GHz zu 1,4 Volt 1296 Punkte. Temperaturtechnisch ist das auf Seiten des Ryzen 5 kein Problem. Alles im supergrünen Bereich mit unter 60 Grad bei 3,1 GHz und 1,4 Volt. Und die beiden Pure Wings-Lüfter sind kaum zu hören und der Silent Loop ist quasi überhaupt nicht hörbar. Der Silent Loop hat bei mir bisher immer funktioniert. Ich habe jetzt auch schon mehrere Modelle im Einsatz gehabt. Natürlich gibt es hier und da auch zu den einzelnen Kommentaren bzw. die Meldung, dass der Silent Loop nicht mehr funktioniert. Das kann halt passieren, ist super ärgerlich. Aber trotzdem ist der Silent Loop insgesamt eine tolle Wasserkühlung. Und gerade mit der Lautstärke und vor allem auch den guten Lüftern eine sehr gute Wahl für ein solch kompaktes System. Während des Tests war die GTX 1080 minimal übertaktet. Das ginge in einem normalen Case vollkommen klar. Aber in diesem beengten Raum ist das letztendlich keine gute Option bzw. Idee, weil die Grafikkarte letztendlich so warm wird, dass sie diese 2 GHz, diese angepeilten 2 GHz einfach nicht halten kann. Aufgrund des, ja sag ich mal, Temperaturfaktors ist es einfach nicht möglich. Und daher habe ich die Karte nachträglich wieder auf ihre Werksäge-Taktung zurückgesetzt. Dadurch wird sie auch nur 71 Grad warm und hält ihre Taktung und diese Lüftungsschlitze im Sichtfenster sind definitiv sehr hilfreich, denn anderweitig könnte die GTX 1080 keine frische Luft von außen beziehen. Mit einem Stromverbrauch von etwas mehr als 300 Watt kann sich das System ebenfalls positiv sehen lassen. Meine Freunde, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Teil und es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung, ein solch kompaktes Ding zu bauen mit einer Fullsize GPU und Kompaktwasserkühlung im Innenraum. Um das Ganze dann schön zu verkabeln und so weiter und so fort, es ist einfach letztendlich wow geworden. Und natürlich hätte man hier vielleicht so ein bisschen optimieren können, beispielsweise mit einer Referenzkarte von Nvidia, der GTX 1080, beispielsweise mit Referenzkühler, sodass die warme Luft nach oben raus kann und nicht im Innenraum durch den Custom-Lüfter verteilt wird. Hätte, hätte, wäre, wenn, weißt du selber. Und ansonsten ist das Ganze trotzdem hier temperaturtechnisch als auch lautstärketechnisch absolut im grünen Bereich. Die Erweiterungsoptionen sind natürlich relativ begrenzt. Das M.2 SSD ist möglich, beziehungsweise noch das ein oder andere Laufwerk im 2,5 Zoll Format, aber dann war es das auch schon. Wer es noch nicht erkannt hat, das ist ein sehr kompaktes ITX-System und diese Erweiterungsoptionen sind gerade bei ITX-Systemen in der Regel eigentlich sehr begrenzt. Und falls nicht, dann ist es halt irgendwo auch kein richtiges ITX-System mehr. Denn ITX bedeutet viel Hardware auf engsten Raum und das Ganze natürlich möglichst kompakt. Meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns damit in der nächsten Videofolge wieder. Recht herzlichen Dank und ja, viel Spaß mit weiteren Videos. Es gibt ja genug auf meinem Channel und damit bis neulich und genau. Ciao.